Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gable. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich wieder das Spiel Star Trek Fleet Command. Viel Spaß. Okay und da sind wir schon und werden erstmal unsere ganzen abgeschlossenen Sachen hier bestätigen. Da kann ich noch vier Sachen abholen. Schön, 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 schön. Ein Geschenk. Keine Ahnung wofür ich das brauche, aber nimm mal mit. Das brauche ich fürs Ausrüsten, fürs Aufwerten, das brauche ich für Bau, für Bauen. So, das sind halt Tokens. Ich wollte warten bis ich 100 habe. Also dauert noch ein bisschen. Was war es denn hiermit? Sieg. Mein Clan hat irgendwo drin gewonnen oder ich? Keine Ahnung. Bin ich denn noch in den Clan? Allianz? Ne, bin ich nicht mehr. Klar, wenn nur einmal im Monat spielt oder so. Würde ich verstehen. Oder kann ich verstehen, besser gesagt. Ah, die muss ich auch noch abholen. Gehen wir mal in die Basis rein, innen. Holen uns unsere Leute hier ab. Einsammeln und die anderen auch noch. Einsammeln. Wenn wir schon mal hier sind. Ah ne, wir schicken erst mal die Leute los. Zu einer Quest. Sonst muss ich wieder so lange warten, bis sie da sind. System. Ne, warte mal. Wo musste ich hin? System war falsch. Egal. Lade erstmal das System. Was noch am machen? Da. Da muss ich hin. Warte mal. Erst los schicken war scheiße. Weil dann kann ich am Flugzeug oder am Raumschiff nicht mehr was ändern. Stimmt. Ich muss erstmal Offizier... Ich fahre mal ganz unten bei dir an. Ich muss glaube ich einmal ein Level machen. Freischalten. Level 5. Ich brauche noch 25. Tokens von ihm. Bei dem können wir noch was machen. Wenn ich den losgeschickt hätte mit dem Schiff A, könnte ich bei ihm nichts mehr machen. Ich sehe. Machen wir 3. Machen wir den direkt auf 10. Ich habe ja 31.000. Passt ja locker. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Schiff. Verwalten. Der ist schon Level 20. Der ist Level 15. Irgendwie konnte ich die Schiffe dort noch weiter aufwärten. Offizierungen. Verbesserungen. Ach, das war hier. Da habe ich nichts. Schade. Schiff A. Ist schon auf Maximal. Da geht nichts mehr. 5.100. War nicht mal 6.900. Ah ne, der war 6.900. Genau. Kann ich noch auf 3 Stufen erhöhen. Um 3 Stufen erhöhen. Schiff Wechsel. Welches Schiff habe ich noch? Der ist drinnen. Den habe ich noch. Aber ich brauche einen zum Farmen. Ja. 6.400. Ist der denn auf Maximal? Ne, der ist noch am Anfang. Der ist auf Maximal. Der ist auf Maximal. Also er wäre noch besser. Dann bräuchte ich aber. Ich würde sagen. Ein neues Gate. Mit dem neuen Gate kann ich gerade nicht dienen. Das wird dauern. Quest Mission. Dann geht es jetzt mal los. Schauen wir mal, ob eine neue Quest dazu gekommen ist. 13, 19, 16, 12, 14. Und das sind die alles ohne. Genau. Einmal dem verbessern ist eine Quest. Das geht noch nicht. Dann muss ich erst die Akademie. noch mal zurück. Da sind wir gerade bei. Akademie auf 14. Fünf Stunden. Okay, jetzt kann ich keine Forschung mehr machen. Oder? Geht das noch? Ich glaube nicht. Den könnte ich. Oh doch, geht trotzdem. Das ist gut. Und dann nehmen wir noch mal hier ein. Gut. Aber zwei Sachen am Laufen. Da auch zwei. Suchen wir uns noch mal eine Allianz. Jetzt habe ich doch erst die Sachen gebaut, bevor ich die Aufträge abgeflogen bin. Naja. Privat. Nur privat. Kann ich offen eingeben? Nicht gefunden. Okay. 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 Na gut, dann halt nicht, dann gibt es keinen Climb für mich, besiege 8 Feinde auf Level 15, besiege 10 Feinde auf Level 15, kann man noch beides zusammen machen, die Queste. Okay, was war das, Titanium, ne, das habe ich doch hier. Ah, ne, das Paarstahl, Galaxie, was habe ich hier, ist das das, Titanium, Tritanium, Tritanium, perfekt, 8000 musste ich abfahren, ich glaube, das schaue ich nicht bitte einmal. Ah, ist doppelklick gemacht, zurück. Fertig, wird geliefert in 10 Stunden, abholen, 10 Minuten Kiste wieder, das heißt, meine Queste ist fertig. Wir müssen ja irgendwas noch machen. Worte. Okay. Anderthalb Stunden, gut. Einheiten, Tritanium, sind vorbei, dann fahren wir mit denen, dahin, den hier, los geht's. 3 Sekunden, geht der Warp an, es dauert 6 Minuten. 6 Minuten dauert das. Da kann ich jetzt noch die Offiziere losschicken, zu der, zu dem ein Auftrag. Genau, Außentheer. Starten wir. Ich probiere ja immer die schlechtesten, erstmal wegzuschicken. Das schaffe ich schon mal nicht, wenn ich den beste nehme und zwei schlechteste. Auf schon 95%. 100. Kann ich sogar jetzt schon starten. 83. Warte, wir nehmen die schlechtesten. Und den hier, Spock? Nein. Passt nicht. Die Beine habe ich schon, also die Symbol habe ich schon. Ich nehme ein anderes Symbol. Nein. Oh, warte mal. Dnj. Dnj, 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 und beste Dnj ist sie. Nein, nein, nein. Der geht nicht. Der ist sogar noch schlechter. Mach ich das anders. Ich nehm doch den besten und einfach die schlechtesten. Start. Go. Nächste Aufgabe. Unterwegs, unterwegs, unterwegs. Ja. Fock. Auch nicht. Statter. Auch nicht. Das gibt's doch nicht. In hier. Das passt. Gut. Dann let's go. Dann nochmal Sieg einfordern. Der nächste Meilenstein. Eigentlich habe ich jetzt schon alles gemacht. Offiziere könnte ich nochmal reingehen. Schauen welche nicht unterwegs sind. Könnte ich aufwerten. Ist unterwegs. Da geht das nicht. Offiziere eingesetzt. Auch unterwegs. Data ist noch frei. Kann ich nicht aufwerten. Spock ist noch frei. Ausbilder Spock. Gleich habe ich keine Fistalle mehr. Wie heißen die? Offiziers EPS. Okay. Unterwegs, unterwegs. Und die auch. Das war's. Oh nochmal. Sieg. Meilenstein. Angebote. Was Neues. Gut. Dann sind wir gleich dort. Warte mal. Warte mal. ok botten und fest abgeschlossen perfekt da sind wir bei 15 15 sind wir bei auch acht feinde auf level 15 muss ich besiegen die quelle das war denn da aber warte mal hier ist doch alles level 15 kann ich doch da reingehen level 14 level 16 14 14 da ist 15 oh das wird schwer das wird ganz schwer ja 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 das war schutzschild also das schutzschild war halb weg gewesen ein achte vielleicht von der lebensenergie weg zuerst mal auflagen voll und wieder angriff ein stück weg das warten angriff 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 Ich bin da. ein bisschen warte das schutzschild wieder aufgeladen ist und dann geht es weiter attacke jawohl da ist noch einer schutzschild aufladen ich schaffe hier acht stück oder nicht ach das war ganz knapp ich glaube ach das schaffe ich nicht okay abgriff müsste reichen voll und der ist unterwegs passt einer geht noch einer geht noch voll gut okay 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 jetzt ich glaube das war nachtel deswegen hat gerade der kommandant geredet zurück dauert sogar länger wie hin okay ist jetzt ein bisschen kaputt vielleicht wahrscheinlich deswegen so dann schauen wir mal einsammeln einsammeln fast voll okay neues token von data ich habe eine neue quest gekriegt geht kein level zeichen deswegen mache ich da einen stern raus zwölf müsst ihr eigentlich auch locker können so mages quest ich habe noch nicht mal die erste truhe gekriegt was für eine schweinerei na gut ich habe hier zwei kisten bekommen von den acht kämpfen ein offizier dafür noch einer ok abhol schon wieder zehn minuten schon 20 minuten na gut ich werde jetzt den einen nur noch nach hause fliegen reparieren lassen doch sie wird irgendwann mal fertig werden ob das schon fertig ist beim nächsten mal das werdet ihr dann sehen ich glaube eher weniger aber wir lassen es überraschen dann sage ich mal dankeschön fürs zuschauen erstmal das ticket noch abholen ganz wichtig dank fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten vorbei seid bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen tschüss